So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Mir geht so der Arsch, Alter. Rivano ist wieder unser Killer. Ja, und Sergeant Müller und der liebe Aaron von Spielebibliothek fliehen. Und ich halt. Ach, die Kiste. Die Kiste hab ich irgendwie übersehen. Kein Problem. Jo, meine Liebe, wie geht's euch denn so? Okay. Noch gut. Ich finde euch. Na, ich hau ab. Mein auch. In diesem Schlacht. Ein Schlachtfeld hier. Rivano, kannst du ein Snickers essen? Ne Gott. Jetzt hab ich grad ganz viel Hunger drauf. Das ist ganz mies. Bei den Italienern. Feier, Alter. Wie dropp ich mit R, ne? Was dropp? Hier. Ach, geht das auch? Ach so. Droppt die Part, die droppt. Also, wie sieht das vor uns eigentlich bei dir aus, wo ich dich beleuchtet hab, Müller? Weiß. Also, hast du ein Stück gar nichts mehr gesehen, oder was? Ne, ich hab nichts gesehen. Das war... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden Fall den Motor singen, Mann. Noch mal so. Okay. Ich will euch mal das nehmen, diesen Schreck. Ach, geht doch mal weg, Rivano. Ach, Rivano, nein, nicht hierhin. Geh woanders hin. Ich komm vorbei. Ach, lass die Möllner doch in Ruhe. Dicken Hammer in der Anderwichter. Alter Schwede. Am besten lasst du uns alle in Ruhe. Ja. Oh, ich muss schon ein bisschen töten, das macht Spaß. Ne, kann ich nicht bestätigen. Menschenspieß schmeckt nicht. Macht richtig Spaß. Boah, das haben wir aber auch bei dem Generator verkackt, Alter. Jetzt haut doch mal ab, Rivano. Nicht hierhin. Aber mach bitte keine Menschen-Charleschläge, ne? Hm, ich muss erst mal einen finden hier. Ach, Quatsch, musst du nicht. Ich hör immer, ich hör immer. Einzige, was du finden musst, ist die Freiheit. Oh, jetzt hat mein Spiegel ruckelt. Oh, ich krieg ne Macker. Ich hab kurz mein Spiegel legt, ey. Was ist denn jetzt los? Jetzt ruckelt mein Spiegel, wieso? Keine Ahnung. Hallo. Hi. Ich bin so alleine hier. Ja, geil. Allein, allein. Ich will auch ein Herz klopfen haben, wenn hier einer rumrennt. Das wäre zu unfair. Ich hab auch Angst als Killer. Als Killer. Aber man muss auch angespannt, ne? Als Killer. Naja, angespannt, aber... Ja, du natürlich nicht, du kleiner Eiskalant. Zugmodus. Zugmodus bin ich, ne? Ja, wo sind die denn? Ja. Ja. Ey, mach dir den scheiß Schrank auf, bis er sich dagegen hauen. Hä, hä, hä. Die Päden muss doch gucken, ob die auch gut gepflegt sind und so. Ja, sicher, Qualitätsprüfung, ne? Ja. Schubladen, ich hab grad noch eine Schublade eingepackt. Ah, so, das war jetzt eine Qual. Noch eine Schublade. Was war drin? Wo drin? In der Schublade. Ein Schuh. Schublade. War ja eine Schublade. Was ist das? Killer war das. Ach, hiwano, Mann, oder ab. Ich will dich weitermachen. Ist doch schon alles an hier. Ist doch schon alles an. Äh, häng doch. Ey, ich bin verpackt. Ich konnte nicht mehr rennen. Ich weiß, ich hab dich mit der Kettensäge gepackt. Nein, ich bin da hochgerannt. Ich konnte nicht mehr rennen. Das Spiel ist verpackt. Ey, komm, lass mir eine Chance. Das ist doch verpackt. Ja, ich häng dich hier. Ich häng dich hier hin. Nein, das war verpackt. Ich häng dich hier hin. Das geht nicht anders. Du bist so schwer. Ach, das soll ich da weg. Nimm mich doch gleich aus. Oh ja. Boah. Guck doch nicht so böse. Ich bin das geil. Ich verprügel dich mit meinem Hammer und du hast keinen Schaden. Mann, Alter, ey. Ich... Alter. Macht nix. Alles gut. Alter, Alter, Alter. Du steigst auf in den Himmel. Da ist es schön. Da willst du hin. Nein, das ist nicht. Das ist nicht. Ich bin nicht in den Himmel. Ich hoffe, die bauen auch noch andere Tote ein. Also der Haken ist geil, aber dass da noch was anderes kommt vom Himmel. Hä? Onkel, machst du den? Anderen Generator? Ja, sicher nicht. Ich mach den Hauptgenerator. Okay. Aber ich glaube... Boah, der rastet ja voll aus mit der Kettensiegel. Okay, ich glaub, ich bin toll. Such doch mal die anderen und hoch doch hier mal hier um. Okay. Sauber gemacht. Alter, Alter, Alter. Scheiße, Alter. Sauber. Ihr habt das geschafft, Jungs. Boah. Hast du es auch geschafft? Ja. Mein Herz ging runter in die Hose. Eila. Ich bin mit der Kettensiegel voll durch die Wand durch. Ach, kannst du da mir doch diese Paletten zerlegen oder was? Ja, ja. Oh. Ich bin, äh, weil ich nicht mehr abbiegen konnte. Voll dreckig. Na ja, und außerdem hatte ich mir so gedacht, ich hab ne Taschenlamme und werde sie verwenden. Scheiße, ey. Ja. Was? Meine Taschenlampe ist... Meine Taschenlampe ist Multifunktionskletterungssäge, ist das? Was ist das denn? Ach, der hängt ja jetzt zum zweiten Mal dann, ne? Hm. Hm. Leute, es tut mir leid, aber das Spiel ist zu verbuggt in dieser Runde. Ja. Genau, Alter, seine Kettensiegel ist einfach mal 80.000 Meter lang. Alter, das ist die, das ist die Longus Longus Kettensiegel, du. Oh, du gehst, du steigst aber auf in den Himmel, sei froh. Hey. Du warst ein guter Junge. Junge? Ich wollte nicht stehen. Könntest du schon nicht jemand anderes jagen? Keiner nix dafür, alle Wege haben zu dir geführt. Ach, das gibt's doch gar nicht, sag mal, gibt's hier irgendwie einen Generator, der noch nicht an ist? Keine Ahnung. Ne. Ja, ich weiß, wo der ist. Ach, ich bin nicht blöd, warum erzähl ich denn das? Na, ich hab auch einen. Cool. Okay. Lalalalalalalalala. Geil, Mülldark. Geil. Ich komm vorbei. Ich hab diese Kettensiegel. Ich sing auf die Eier. Ich sing auf die Eier. Dubi. kommt ja ich bin gleich fertig ja ich bin nicht fertig geil und wir weiß jetzt wo die luke ist wir müssen alle generatoren an sein ja wenn er jetzt nur die luke ist dann nur auf wenn nur noch ein spieler übrig ich habe hier noch ein generator gefunden ein allein sind doch noch zwei bei dem einen da hinten habe ich nur katz klopfen gehört stecken wir da woche in der nähe weil was heißt stecken wir da die tür hat im grad bei dir geklingelt ich glaube das ist der dhl mann der liefert neue kettensäge die man lieber ran bevor der stumm klingeln macht ach ich hab den boss hingelegt ich bin gerade am killen im spieler quatsch du kannst noch fünf minuten weg von offline gehen jetzt habe ich gerade eine chance geschickt von mir auch du kannst ja mal kurz die tastatur weg zu deinem haus zu gehen und das paket annehmen und schreiben wo machen die schon wieder urlaub auf mein devian die kreis krank hier rum und sie keinen ok leck ok leck ist gut nun mal für die ganzen zuschauer bei onkel möller und alles wenn revano killer ist wird es eine xxl folge ist doch gut habt ihr erwähnt was aber bei mir leck ist gerade aber ich hab den jetzt auch schon lange nicht mehr gehört muss ich sagen ok wie der eine generator für jeden ach ey ja sind aber noch zwei auf der map von daher ich find aber kein so spontan ich auch nicht höre warner kann sich mal kurz muten nee warum sollte denn er sich muten dann hören wir ihn ja nicht mehr ey ich meinte seinen ton ausmachen äh ist doch nie das ja oder geh mal kurz in einen anderen raum ja genau ich würd sagen ich bring euch kurz um und dann schlechter die no deal mann ich raste hier aus will ein fernglas haben aber hat gut geklappt mal was du da gemacht hast mhm wunderbar ging mir der arsch aber auch auf Grundeis mhm oh sehr schön geil und ich verstecke mich jetzt auch mal vielleicht läuft ja zufällig von meiner oder fahr kurz zu mc drive, ich mein, wir haben Zeit Achso, meinst du das, ja, ich bin ein geist Das Ende jetzt, oder was? Na, wir müssen noch den Ausgang öffnen Weil, da sind auf jeden Fall noch Generatoren hier bei mir Ja, die sind jetzt ja, ne, du musst jetzt hier, also, wir müssen jetzt zu den Ausgängen raus Okay, war ich gerade noch an einem Stand, der noch nicht an war, also man muss nur 5 anmachen, oder? Ja, steht doch links unten in der Ecke Warte, dass man sich ja nicht durchklatschen kann Aber du wirst auch dich nochmal drauf hinweisen, es gibt zwei Ausgänge, oder? Ja, natürlich kacke Ja Aber ein Killer, wenn es zwei Ausgänge sind, da kann jeder zu einen latschen Ich glaube, das hält besser, habe ich gehört Aber einen wirst du aufwischen Vielleicht Außer der kleine verläuft sich Onkel, geh mal zur, zur, äh, Klappe Ich steh bei der Klappe Ich steh bei der Klappe Ja Oh, da sind alle raus, ja gut, alles klar Ja Haut ab, ihr Schweine Ja Boah Aber einen habe ich gekillt, so, kleiner Drehung Saugeil Du bist frauenfeindlich Achso, dann bin ich ja als nächstes der Killer Juhu, ich freu mich Oh nein Und du siehst uns alle, so wie die Generator So, genau, meine lieben Freunde Rivano, kannst du mal wieder nicht abwarten, bis das Spiel statt ist Und, ja, diesmal bin ich der Killer, wie ihr seht Okay Leute, du ziehst sie, ne? Alles klar Und ich bin Genauso angespannt Ein Killer geht herum Wieder bumm Eckschein, Eckschein, alles muss versteckt sein Hallo Hallo Hallo, mein Leben Okay Du musst immer noch die Ecken kurz nehmen und sowas Nein Das ist ein Rivano doch nicht eigentlich Boah, ich hab den Schwuckenkönig verloren Bist du lehnst du, Rivano? Äh, ich hab ein Herzklopfen gerade Um mich herum Gehabt, da war er jetzt schon wieder weg Ah, guck mal Ich hör dich jammern, mein Freund Hm Okay Ich bin verletzt, viel schlimmer Ja, das hör ich doch, ich hör dich doch jammern Oh Oh, wo bist du? Das darf nicht wahr sein Oh oh Fuck, mein, wo bist du? Mach die Generatoren schön an, ja? Ich lenke ihn ab, ich mach mir den Samba Hallo Keine Ahnung Ich hör dich nicht mehr, Onkel Vielleicht? Aber ich hab Angst, ey Ich bin jetzt verletzt und wenn ich draußen rumrenne Das ist immer ganz schlecht Da-da-da-da-da Und wie viele Generatoren habt ihr schon angemacht? Zehn? Gar kein Das ist gut Ja, ja, da ist er Der hat mich! Hilfe! Ich hab euch versucht, so lange wie möglich abzulenken Aber das ist natürlich scheiße Aber das ist natürlich scheiße Stopp! Aber, meine lieben Freunde, es steht noch vor mir Jetzt ist da die Treppe hoch, ich bin in diesem Keller-Knast-Gefängnis hier Scheiße, alter Alter Lauf! Na Vielleicht Pass auf hinter dir! Ah Der Drecksack Komm ran! Komm ran! Wir müssen kämpfen! Nein, nein, nein! Rettet mich, Leute! Rettet mich! Scheiße! Nein! So! Nein, 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 nein Next! Hör auf, ich bin schwarz Das ist gar fütend Nein Nein Ich kämp' hier gegen Spider-Man, Leute! Bitte neben Rebano Danke Hi Hi Na, was machst du? Joa, ich kämp' hier gegen seinen kleinen Liebling Er versucht mich grad zu hauen, aber das bringt nix Ne, bringt doch nix, ausmacht Spaß Ja Ist doch gut Und hinter mir baut sich noch so ein Alien-Ding auf Ich seh da Ein stärkerer Arm bildet sich Puh Oh nein Wir gehen in den Himmel Oh nein 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 Bitte verlass uns nicht Nein Du Monster Komm her, eins gegen eins Ja Ja Die schaut zu Und ich häng' nicht mal am Haken Ja, ich bin direkt Freude strahlen In ihn rein gerallt Ja Na? Ja Ja Ja, komm her, eins gegen eins Rein theoretisch kannst du schon die Luke besuchen Wenn du gleich alleine bist Ne Nein, er hat noch keinen Generator, also noch vier Generatoren Achso Er musste bestimmt eine Anzahl von Generatoren haben Und dann kannst du Auch wenn du alleine bist? Ja Ja Da kommst du Entschuldigung, Möller, wir haben versagt Naja, wir haben uns selten nach oben in den Himmel Wir werden stärker zurückkommen Hehehe Oh Komm Will dich doch mal da draus, Alter Statt zu kämpfen, ey Egal, stirbt Tschüss Komm zu dir hoch, Ruvano Ach, ist das herrlich Ach, moin Ruvano Wie geht's denn dir hier oben? Ist das herrlich? Ja, also es ist äh Warm hier oben Ja Unten am Haken war das nicht so schön Äh Unschöner Tod, aber Einmal hat er mir eine genüppelt da mit den komischen Knüppeln Man lag ja schon am Boden, ne Unglaublich Was ein fieser Möller Ja Nur die Glocken gehört Ding, 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 ding Mann Okay Okay, jetzt bin ich schon ein bisschen angespannt Hoffen wir, dass Möller das noch schafft, ne Wir sind so eine Schutzengel Mensch, Onkel Mensch, Onkel Bei dir klingelt's auf einmal, äh, der der Heilboi ist jetzt bei dir Der Heilboi? Mach doch mal die Tür auf Ich hab Angst vorm Heilboi Ich hab Angst vorm Heilboi Oh Ah ne ist doch nur die normale deutsche Post Geh doch mal an deine Tür Vielleicht wollen die ja was von dir Lass mal kurz deinen PC Geh zu deiner Tür Bam 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 Aber so die Karte ist schon cool, äh Komm Sagen Möller In Niedersachsen Ich hab Bisschen Angst hab ich hier Ich hoffe er packts noch Kommt aus dem Todesnest hier Hast du jetzt ein Laserschwert bekommen? Ne Das ist leider nur ne Taschenlampe Darth Vader Maske Mach doch nicht immer alles Was ich hier mache Ja, aber das Laserschwert ist gut Ja, das darfst du doch nicht verraten Jetzt weiß ich doch, wo ich mich gegenwärmen muss Da kann dir, hilft dir nur die Macht Nö Ach der Wahnsinn Lauf Lauf Nix da Du musst bestimmt ins Gesicht leuchten Halt doch Was klingt denn das? Du hast mir auf der Brust verleuchtet Du blendest dann dein Gegner Das ist ja fast wie ein Laserschwert Ist ja fast wie ein Laserschwert Du blendest dein Gegner Beziehungsweise du kannst die unsichtbaren Kannst du dann eben auftauchen Gibt davon So Naja Null Generations Okay Wir sollen alle in die Ecke gehen Trotz Geist war es doch etwas Fuhr Wir fahren in den Hummel ein Sauber Boah 1600 Punkte Aber als Kinder Das ist zwar cool Aber da fehlt irgendwie der Adrenalinstoß Ha 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 Aber naja Das ist ja Das ist ja Das ist ja Ist ja